Veranstaltungen oder Konferenzen wie die DigiCon bedeuten für uns, dass wir uns mit dem Markt, mit der Community vernetzen können. Ich glaube, dass insbesondere in der Digitalisierung es entscheidend ist, dass wir uns mit anderen austauschen, mit anderen Partnern austauschen, mit anderen Teilnehmern im selben Ökosystem austauschen, aber selbst über unsere ureigensten Märkte, über unsere ureigensten Zielgruppen hinaus mit anderen angrenzenden und nicht so angrenzenden Industrien Technologieentwicklungen vernetzen können und dadurch neue Erfahrungen, neue Ideen, neue Impulse gewinnen können, sodass wir auf der einen Seite verstehen, wie sich die Technologie weiterentwickelt, auf der anderen Seite aber auch verstehen können, wie sich die Services und die Wertversprechen auf unserer Seite auf der Grundlage der Erwartungen, der technologischen Entwicklungen etc. auch weiterentwickeln können.